Ja, hallo, ist die Walli? Hallo, ich bin die Chrissi. Ganz schick angezogen für die neue Präsentation, würde ich sagen. Aber bevor wir anfangen, würde ich sagen... Da ist noch jemand. Ja, Hobbit konnte heute leider nicht. Daher machen wir jetzt einfach mal... Ja, hier hat Chrissi etwas ganz Besonderes. Eine super tolle Qualität von Ronny Mann aus Paris. Schön gleich. Dieses Teil ist ein sehr schöner Superteil von Ronny Mann. Es gibt bis Größe 60, muss das verhaschen. Also es kommt aus der Überbrüsten-Serie. Dazu. Das ist ein sehr schicker, langer Rock. Das sieht sehr elegant aus, was es zammelt, finde ich. Dieses Tunica kommt 69 Euro. Der Rock 39. Hinzu, wenn man das etwas auflocken möchte, kann man auch noch das Casuel drauf von der Frau drüber tragen. Das ist auch sehr schick aus. So eine tolle abgeschlossene Sache. Und dieses Casuel kommt auch 69 Euro. Da hätte ich einen ganz super eleganten Dreiteil. Richtig schick und toll und richtig mal rum. Also das hat etwas, finde ich. Es ist einfach spitze. Ja, das ist ein Hingucker. Ja. Und die gefühlst du dich? Ja, elegant. Ja, das ist ein bisschen elegant und sehr hochwertig. Und ist auch sehr hochwertig. Ja. Ich ziehe das durch. Ich ziehe das durch. Mädels, ich ziehe das durch. Also noch einmal. Ja, hier präsentiert Christi die neuste Mode von Running One. Die Mode aus Paris. Speziell für die übergroßen Größen bis Größen 62 zu Erbschen. Dieses Teil, pass mal auf, dass man das auch sieht. Also dieses Shirt hat einen Dreiviertelarm. Weiß. So, genau. Schwarz gehalten vom Rücken. Schwarz gehalten. Schwarz-Rot. Alles normal unterteilt, damit es schön streckt. Dazu trägt sie einen langen schwarzen Rauch zu 39 Euro. Das Oberteil ist 59. Hinzu noch diese schicke Longjacke, die auch sehr praktisch ist. Das unterstreicht nochmal das Ganze für 69 Euro. Also die sieht echt top klasse aus. Das ist ein Teil zu so hart. Und die sind auch Taschen drin, ne? Die sind auch Taschen drin, optimal. Das ist dann richtig schön lässig, locker. Und das streckt im Ganzen eine Tat was für mich, ne? Sieht süß aus. Richtig toll. Richtig top elegant. Hier auch nochmal One in One Mode aus Paris. Christiane trägt auch wieder rein. Ein sehr schönes Ensemble. Das war jetzt abfrei für 59 Euro. Sieht sehr schick aus. Auch hier ein bisschen verspielt. Das ist richtig asimetisch geschnitten. Hat eine sehr schöne Länge, damit es auch den ganzen noch streckt, wie man hier sieht. Oben ein kleiner, halbsterne Rollkragen. Also es gibt so ein bisschen mehr den Teil. Drüber trägt sie nochmal die Jacke, die zwei Taschen dazu. Ja. Ja, da hat auch nochmal diese Pünktchen drauf. Also es sieht richtig süß aus. Und das Röberteil kommt 69 Euro drauf. Hört sich mal um. Auch hier ein sehr schick gearbeitet und natürlich gehalten. Und vorne darf er etwas aufwendiger geschnitten. Auch gedruckt. Also es sieht richtig schick, elegant aus. Was hast du denn da? Ja, weil ich jetzt hier nochmal gefunden habe. Das ist jetzt ein sehr schönes Shirt. Ja. Übergröße von Größe 48 bis Größe 60 bis 66. Ja. Dieses Shirt ist aus Slinky. Dazu das passende Tunica. Klasse. Ja, das Shirt kommt 19,90. Das Tunica 24,50 von der Firma Cookie. Also es ist eine sehr gute Markenfirma. Mhm. Dazu die Marlene Diederich Hose für 29 Euro. Also man kann sagen top ideal ist man gekleidet auch in großen Größen. Richtig schön platt. Christi zeigt euch das aber gleich nochmal angezogen in einer anderen Farbe. Wenn diese Teile gibt es in mehreren Farben. Ja, hier zeigen wir nochmal Ruder aus Italien. Reitteiler. Das heißt, wie ich euch eben auch gezeigt habe, ein schwarz-weißer System. Dann gibt es auch ein rot-schwarz. Das heißt, Marlene Diederich Hose für 29 Euro. Das ist ein Slinky Stock. Passend dazu aus Slinky. Das T-Shirt zu 19,90. Und dann nochmal das Tunica für 24,50. Also wie man sieht, optimal angezogen. Richtig schick sieht das aus. Lässig, leicht und schick. Okay, machen wir beide jetzt. Gut. Das ist eine Gruppe von der Firma Koki Mode aus Italien. Ein sehr schickes T-Shirt mit ganz toller Druck. Auch hier vorne, dass wir eben nochmal mit Straß gearbeitet haben. Also mit Straß wird schwer platziert, aber sieht richtig super aus. Der Stock ist auch sehr angenehm zu tragen. Ist eine Viskose. Ja, dieses T-Shirt kommt in 39 Euro, kommt aus Italien. Also einfach super hinten. Da hat sich nochmal umhinde Sachen nicht gehalten. Dazu trägt Chrissi eine Marlene Diederich Hose, die auch wieder das Slinky-Format hat. Und für 29 Euro. Also man kann sagen, große Gewissen hat auch sein richtig tolles Profil. Es muss nicht immer alles umhinde sein, sondern man kann sich auch einen großen, großen, flott und flessig teilen. Und auch nötig. Hier präsentiert Chrissi ein Tuniker. In den Übergrößen. Das gibt es Größe 60. Dies Tuniker ist aus Viskose. Vorne ist es sehr hübsch gerafft. Besonders Oberhalb. Bei diesem Diagdiaman. Hier Oberhalb fällt es auch sehr locker. Er hat einen Ablassausschnitt. Auf dem KDL-Kindersausschnitt. Ich finde es ganz schlicht gehalten. Ist schön, dass sie gut feint. Ist aus Viskose. Und hat einen Preis von 29 Euro. Ja Chrissi, du hast es jetzt geschafft. Die Tutur. Hast du jetzt hinter dir. Die Größen waren zwar nicht immer so deine Größen. Nein, das waren nicht meine Größen. Aber ich hoffe, ich habe es gut rübergebracht. Ja, dass es auch in großen Größen super gut aussehen kann. Bei mir war es ein bisschen zu groß. Ab und zu sah sie aus wie ein Pinguin. Deshalb musste ich auch lachen. Entschuldigt euch. Da muss ich mich ganz fest entschuldigen. Aber es ging nicht anders. Manchmal musst du auch Größe 54 tragen. Überleg mal, wenn diese tollen Figuren deine 54 groß sind. Dann sieht man alles noch nicht mehr Chrissi. Gut. Ich sage jetzt aber erstmal Tschüssi. Das ist auch ein bisschen so, wenn es hält. Genau. Und daher würde ich mich trotzdem mit der Pflanze verabschieden. Ich sage einfach mal Tschüssi. Tschüssi. Und bis zum nächsten Mal. Ich sage dann auch mal Tschüss. Ich hoffe, vielleicht ist das nächste Mal das Habit dabei. Wer weiß, wer weiß. Und vielleicht geht die Modeschau weiter. Wir sehen uns. Tschaui.